Servus! Zu tausend habe ich für einen guten Zweck. Ich bin der Pauli und heute sind wir mit meinem wunderbaren Bulli hier drin. Und wir haben heute eine Sonderausgabe, nämlich Vatertag. Und da werde ich heute noch öfter kommen, glaube ich. Auf jeden Fall tisch den Vater, weil der hat sich heute einen Fahrer organisiert. Der kriegt gerade die Bulli-Lehrstunde. Grüß einmal wenigstens, bitte. Hilft dir nicht. Alles gut. Jeder anständige Fahrradbus hat nämlich seinen Kühlschrank drin. Und heute machen wir es mit einem Papa-Gai-Pickerl-Klipperl auf. Sack, das habe ich mich aber ganz schön verhaut. Papa-Gai-Klipperl. 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 Sagt es das einmal dreimal hintereinander ganz schnell. Also wenn ihr so ein schönes Papa-Gai-Klipperl habt, dann könnt ihr es einfach einmal da hinten ansetzen. Und Papa-Gai jetzt das auch, Frau Wengerl. Ah, Prost. Die schmeckt ganz hart. Das ist nämlich mein Lieblingsbier heute. Servus. Servus.